Von einem Messschieber abzulesen, fällt vielen Schülerinnen und Schülern schwer. In diesem Video zeigen wir, wie es sehr einfach mit einem Letto Beispiel interaktiv geübt werden kann. Danke an den Autor Karl Engelbogen. Nach erfolgreicher Anmeldung am Exchange Server von Letto, wähle ich Beispiele editieren und nutze danach die Suchfunktion, um nach dem Begriff Messschieber zu suchen. Es werden mir bereits hier mehrere Beispiele vorgeschlagen. In diesem Video werden wir uns mit der Realisierung von Karl Engelbogen auseinandersetzen. Mit diesem Button hier wird die Frage sofort geladen. Mit dem Vorschau-Button wechsle ich sofort in die Beispielvorschau. Sie das Beispiel also genau so, wie Schülerinnen und Schüler es sehen werden. Mit einem Messschieber wird der Innendurchmesser D-Innen eines Rohres gemessen. Dieses Beispiel ist jetzt hier interaktiv ausgeführt. Das heißt, die Anzeige endet sich je nach Datensatz, den der Schüler zufällig zugewiesen bekommen hat. Speziell in diesem Beispiel haben wir eine Lösung von 72,05. In einem weiteren Beispiel, einen anderen Datensatz, wird entsprechend eine neue Grafik dynamisch generiert. Im Editierbereich von Letto kann man durch das Anwählen des Plugins-Buttons auch hier auf die Realisierung von Karl Engelbogen zugreifen und sich vielleicht Tipps für die Realisierung für andere Beispiele, dynamische Letto-Beispiele holen. An dieser Stelle danken wir den Letto-Rehaner Karl Engelbogen für die Umsetzung des Beispiels. Abonnieren Sie jetzt diesen Kanal und bleiben Sie auf dem Laufenden.